Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder die Auslegung der Sonntagslesungen. Ich habe ein neues Objektiv und hoffe, dass die Bilder deshalb noch besser werden. Bleiben Sie gerne dran. Die erste Lesung hören wir heute aus dem Buch Jeremia. Darauf sagten die Beamtin zum König. Dieser Mann muss getötet werden, denn er lähmt die Hände der Krieger, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, wenn er solche Worte zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht Heil für dieses Volk, sondern Unheil. Der König Zitkia erwiderte, siehe, er ist in eurer Hand, denn der König vermag nichts gegen euch. Da ergriffen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohns Malkia, die sich im Wachhof befand. Man ließ ihn an Stricken hinunter. In der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Da verließ Ebed-Melech den Ballast und sagte zum König, mein Herr und König, schlecht war alles, was diese Männer dem Propheten Jeremia angetan haben. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen, damit er dort unten verhungert. Denn es gibt in der Stadt kein Brot mehr. Da befahl der König dem Kuschiter Ebed-Melech, nimm dir von hier 30 Männer mit und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. In der ersten Lesung hören wir eine drastische Episode aus dem Leben des Propheten Jeremia. Seine Berufung besteht ja im Wesentlichen daraus, den Menschen das Unheil anzukündigen, also Gerichtspredigt und Umkehrpredigt. Deshalb macht er sich nie Freunde, sondern eigentlich immer nur Feinde. Er wird ja regelmäßig zum Buhmann, weil er etwas ganz unattraktives den Menschen verkünden muss. Nämlich, dass sie sich bekehren sollen, dass sie ihr bisheriges Leben um, also ihr bisheriges Leben ablegen und sich bekehren sollen. Und das ist nie etwas Tolles. Und deshalb ist es etwas, dass bis heute die Menschen auch, wovor sich die Menschen drücken. Sie sind auf der Suche nach einem glücklichen Leben, ohne diesen anstrengenden Schritt vornehmen zu müssen. Ein Weg ohne Umkehr, also ein Heilsweg ohne Umkehr. Und den finden sie sehr oft in der Esoterik. Es gibt viele esoterische Angebote, bei denen es darum geht, durch körperliche Anstrengungen, durch Änderung des Lebensstils allein, ohne innere Umkehr, ein heilvolles Leben erlangen zu können. Das ist aber eine Illusion. Das geht nicht. Denn das Heil kommt allein von Gott. Und sich zu Gott hinzukehren, bedeutet eine innere Umkehr. Das geht nicht ohne diesen anstrengenden Schritt. Das ist aber wiederum etwas, das die Menschen nicht hören wollen. Und deshalb macht sich Jeremia immer wieder Feinde. Er verkündet den Bewohnern von Jerusalem, dass die Babylonier einfallen werden, dass sie, dass sie die Judäer überwältigen werden und deportieren werden, dass alles auch zerstört werden wird. Und deshalb mahnt er an, dass die Bewohner Jerusalems nach Chaldea flüchten sollen, um dieser Katastrophe aus dem Weg zu gehen. Das hören die Menschen aber nicht gerne. Ganz besonders ungern, auf ganz besonders negative Weise nehmen das die königlichen Beamtin auf. Sie tragen das dem König Zidgia vor. Der hält sich eigentlich ganz raus und sagt, wisst ihr was, ich habe nichts gegen euch in der Hand. Also ihr seid in einer überwältigenden Mehrzahl. Ihr habt das mitbekommen. Tut, was ihr für richtig erachtet. Und deshalb wird dann Jeremia festgenommen und in die Zisterne des Prinzen Malkia geworfen, die im Wachhof steht. Eine Zisterne ist ja dazu da, um Regenwasser aufzufangen. Es ist nichts da anscheinend. Das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass es schon lange nicht mehr geregelt hat. Und auch für die Hungersnot, warum es kein Brot mehr gibt. Und in dieser Zisterne findet sich Schlamm. In diesen Schlamm wird Jeremia hineingeworfen. Wenige Tage später und er wäre verhungert. Gott lässt ihn aber nicht im Stich. Er hat ihm immer wieder gesagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, um dir zu helfen. Und deshalb schickt Gott Ebed-Melech. Ebed-Melech ist ein Kushiter, kommt vor den König und sagt ihm in Ruhe noch mal, was eigentlich die Situation ist. Dass es nicht gut ist, dass die königlichen Beamten sowas mit Jeremia getan haben. Und nun versteht der König überhaupt erstmal, was die gemacht haben. Denn er hat ihnen ja alles überlassen. Die Entscheidung ihnen überlassen. Und jetzt, wo er davon erfährt, schickt er 30 Männer mit Ebed-Melech zur Zisterne, um Jeremia herauszuholen. So überlebt Jeremia Gott sei Dank. Und warum? Gott hat nicht zugelassen, dass man ihm so etwas Schlimmes antun kann, ihn umzubringen, weil seine Zeit noch nicht zu Ende ist. Er soll noch weiter prophezeien, noch weiter seinen Dienst tun. Und sein Dienst wird ja unter anderem auch sein, mit den Deportierten im Exil zu sein. Nicht mit den Deportierten im Babylon, sondern mit jenen, die geflüchtet sind nach Ägypten, nachdem diese ganze Katastrophe geschehen ist, die Babylonier alles zerstört haben, bei den Menschen zu sein und ihnen noch mal zu deuten, warum das alles geschehen ist. Jeremia saß im Schlamm. Wir müssen uns vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss. Er hat das alles eigentlich für den Herrn getan. Und das erwartet ihn dann als Lohn? Der wird bestimmt durchaus sich auch gefragt haben, Herr, warum hast du das zugelassen? Warum ist das mein Lohn? Ich habe das doch alles für dich getan. Und doch ist das ja nicht das Ende vom Lied, sondern Gott hat ihn erhört. Und er hat, auch wenn ihn seine Feinde in die Knie gezwungen haben, nicht zugelassen, dass sie über ihn endgültig triumphieren. Und deshalb ist er ja gerettet worden. Sein Trost ist immer wieder an den Anfang zu denken, an seine Bekehrungsgeschichte, seine Berufungsgeschichte, in der eben diese Zusage Gottes kam, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, um dir zu helfen. Gott ist immer bei ihm. Und das tröstet ihn gerade in diesen dunklen Stunden. Und wir wissen, dass Jeremia immer wieder sich beklagt, auch wenn er eben seinen Dienst treu erfüllt. Er kann ja auch sein Temperament nicht ganz ablegen. Es geht nicht. Also seine pessimistische Natur, sag ich mal. Aber auch immer wieder ist Gott geduldig mit ihm und hilft ihm aus diesen Situationen heraus, weshalb er denn am Klagen ist. Ja, es ist schon eine sehr heftige Geschichte gewesen. Und passend dazu beten wir jetzt Psalm 40. Ich hoffte ja, ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf Fels, machte fest meine Schritte. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Ich aber bin elend und arm, der Herr wird an mich denken. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, säume doch nicht. Der Psalm ist durchaus anzulehnen an die Episode des Jeremia-Buches. Sie haben jetzt einige Details gehört, die total zu seiner konkreten Situation passen. Es handelt sich hier einerseits um einen Dankespsalm. Psalm 40 ist eigentlich ein Dankespsalm des Einzelnen, so heißt diese Kategorie. Aber es ist eine Mischung, denn es betrifft vor allem den ersten Teil. Der ist ein Dankespsalm. Der zweite Teil erinnert eher an Klagepsalmen tatsächlich. Und wir hören einen Vers, der noch aus diesem zweiten Teil ist. Wir stellen uns wirklich vor, dass das die Worte sind, die Jeremia betet. Denn gerade im ersten Teil könnte das wirklich ein Dank an Gott sein, nachdem er gerettet worden ist aus dieser Zisterne. Ja, er hat wirklich ganz auf den Herrn gehofft, immer wieder in seinem Leben. Und Gott hat ihm immer wieder zugesagt, bei ihm zu sein. Sein Schreien in der Zisterne wurde erhört. Gott hat Ebed-Melech gesandt, das Herz des Königs zu erweichen, überhaupt erstmal ihm zu unterrichten darüber, was eigentlich seine Bediensteten da gemacht haben. Und Jeremia ist wortwörtlich aus der Grube des Grauens aus Schlamm und Morast herausgeholt worden. Das passt so wie die Faust aufs Auge. Das ist echt sehr interessant. Jeremia lebt ja zu einer spät, zu einem späteren Zeitpunkt als David. Also die Psalmen sind natürlich älter als die Wirkungszeit der Prophetin. Der Mensch ist aber auch im übertragenen Sinne, in der Grube des Grauens. Das ist also nicht nur wortwörtlich zu verstehen. Wir dürfen es auch im geistlichen Sinn weiterdenken. Und da gibt es wieder, es eröffnet so einen großen Schatz, so eine Tiefe. Der Mensch ist nämlich auch innerlich in der Grube des Grauens, in Schlamm und Morast. Im heilsgeschichtlichen Sinne, im moralischen Sinne, im ekklesiologischen Sinne dürfen wir es weiterdenken. Und auch im anagogischen Sinne, ganz klar. Der Mensch ist im moralischen Sinne, im Schlamm und Morast, in der Grube des Grauens, wenn wir nämlich den Zustand der Sünde betrachten. Er ist ein Leben im Dreck, weil Sünde Dreck auf unserer Seele ist. Sünde ist etwas, das uns von Gott abschneidet. Und deshalb, da, wo eben nicht die reine Heiligkeit, die Reinheit Gottes ist, da ist der Dreck. Die Gottabgeschnittenheit ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Dreck. Deshalb ist der Mensch, der im Zustand der Sünde ist, ganz in einer Jauchegrube, muss man sagen. Und es ist deshalb eine Grube des Grauens, weil Gott eben nicht da ist und wir eigentlich uns geborgen und sicher fühlen können in seiner Gegenwart. Wenn er nicht da ist, dann fühlen wir uns absolut in Unsicherheit. Und doch ist Gott allmächtig. Er vermag alles. Er kann jeden Sünder zum Heiligen machen, wenn der Mensch es zulässt. Der Mensch kann sich selbst nicht aus dieser Grube des Grauens befreien, aber Gott kann das. Der Mensch muss nur sein Ja geben. Er muss sagen, Herr, hier bin ich, rette mich. Und wenn der Mensch nach Gott schreit, dann ist Gott bereit, ihn herauszuholen. Es gibt so viele Menschen, die Zeugen es darüber ablegen. Es gibt Heilige, die in der tiefsten Sünde verstrickt waren, die Gott herausgeholt hat, weil sie bereit waren, weil sie ihm ihre Willenszusage gegeben haben. Und sie sind dadurch zu den größten Heiligen geworden. Gott durfte an ihnen, also mit ihnen arbeiten. Und so sind sie Schritt und Schritt, ja, ist auch ihr Leben in Ordnung gebracht worden. Er hat sie Schritt für Schritt, ja, wieder auf den richtigen Weg gebracht. Und ich habe vorhin schon gesprochen vom umfassenden heilsgeschichtlichen Sinn. Der Mensch, die ganze Menschheit war eigentlich in einer einzigen Jauchegruppe, weil sie abgeschnitten war vom Paradies. Warum? Wegen des ersten Menschenpaares, das in Sünde gefallen ist. Und Gott war aber bereit, Mensch zu werden, die Menschheit zu erlösen und aus der Jauchegruppe zu befreien. Sagen wir es mal lieber so, denn jeder einzelne Mensch muss ja ganz aktiv dieses Ja Gott geben. Aber Gott hat ein Rettungsseil, eine Leiter gemacht, durch die der Mensch heraus kann. Der Mensch, was der Mensch machen muss, ist nach Gott zu schreien, dass dieser ihm diese Rettungsleine auswerfen kann. Es ist wichtig, niemand wird gegen seinen Willen erlöst. Das Heilsangebot steht für alle bereit. Aber jeder Mensch muss für sich entscheiden. Aktiv Ja sagen oder die Eltern für das Kind, denn das ist das Stichwort, es geht um die Taufe. In der Taufe nehmen wir diese Erlösung an und dann werden wir befreit aus dieser Jauchegrube. Das ist, was wir dann nennen, den Stand der Gnade, die heilig machende Gnade, die uns geschenkt ist in der Taufe. Wir werden ganz reingewaschen, wir werden sauber gemacht. Erstmal aus der Grube herausgeholt und dann sauber gemacht. Und da merken wir also, dass die Taufe mehr ist als ein schönes Familienfest, ein schönes Zeichen oder so. Es ist existenziell, dass wir aus der Grube auf die auf den Felsen gestellt werden, festen Schritten gemacht werden, festen Schrittes den Weg Gottes gehen dürfen. Und natürlich dürfen wir das Ganze auch verstehen im anagogischen Sinne. Denn auch wenn uns diese Möglichkeit gegeben ist, nicht alle Menschen nehmen das in Anspruch. Und wir sehen, die Folgen der Erbsünde sind immer noch da. Wir sehen, dass die Menschheit auf die Ewigkeit zugeht. Und je mehr man eigentlich dem Ende der Zeiten zugeht, desto schlimmer wird der Zustand, desto gottloser wird die Gesellschaft, desto mehr Kriege, desto mehr Katastrophen. Und die Menschheit schreit. Sie befindet sich in einer einzigen Grube des Grauens und wartet auf die Erlösung Gottes am Ende der Zeiten, der nämlich wiederkommt, um dann einen Kat zu setzen und einen neuen Himmel, eine neue Erde zu schaffen. Was ist der Felsen, auf den Gott den Beter stellt? Das ist natürlich im ekklesiologischen Sinne ein absolutes, klassisches Bild. Der Fels. Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus. Deshalb bekommt er den Namen überhaupt. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Jesus sagt an anderer Stelle von sich selbst, dass er der Felsen ist, dass wer auf ihn hört und seine Worte befolgt, auf Felsen gebaut hat. Wenn wir also einerseits uns taufen lassen, wenn wir in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden, durch die Taufe, zur Familie Gottes gehören, dann sind wir auf Felsen. Wir stehen auf festen Felsen. Wir können festen Schrittes diesen Weg gehen, den Weg ins Himmelreich. Und wenn wir wirklich immer seinen Willen erfüllen, dann bauen wir nicht auf Sand, sondern auf Stein. Dann bauen wir auf Felsen. Dann haben wir ein festes Fundament. Und natürlich geht das auch, betrifft das dann eben auch den anagogischen Sinn. Wir gehen, wie gesagt, auf das Ende der Zeiten zu. Und wenn der Herr uns aus der Grube des Grauens herausgeholt hat, dann stellt er uns auf den Felsen der festgebauten Stadt, auf das himmlische Jerusalem, in dem wir dann ewig bei ihm sein dürfen und ihn von Auge zu Auge schauen dürfen. Und wenn das alles geschieht, diese Rettungstat geschieht, dann gibt der Herr uns ein neues Lied in den Mund, damit wir ihn preisen können. Wir singen Loblieder und freuen uns mit den Neugetauften, die nämlich zu Kindern Gottes geworden sind. Das ist ein einziges Familienfest, das wir dann feiern, nämlich die Familie Gottes. Weil ein Mensch neu geboren wurde im Heiligen Geist, gerettet wurde. Das ist Grund zur Freude. Es betrifft aber auch jeden Einzelnen, der die Vergebung erfährt in der Beichte. Und es ist eine Freude für die ganze Kirche, denn Sünde ist nicht nur eine Beleidigung Gottes, sondern auch eine Beleidigung der Gemeinschaft der Gläubigen, der Kirche. Deshalb ist auch die Versöhnung mit Gott zugleich eine Versöhnung mit der Kirche. Und die ganze Kirche freut sich mit dieser Person. Und wenn dann die Eucharistie gefeiert wird, dann ist es wieder ein Fest derjenigen, die ganz mit Gott in Gemeinschaft sind und deshalb auch die Kommunion empfangen dürfen. Und dann dürfen wir es natürlich auch verstehen, im anagogischen Sinne, wenn wir dann gerettet werden, dann werden wir auf ewig Lob wieder singen dem Herrn. Es wird ein einziges Freudenfest sein und auf einer Feier werden Freudenlieder gesungen. Elend und Arm wird hier dann noch erwähnt. Elend und Arm sind im Psalmenkontext und generell im Kontext der Heiligen Schrift nie einfach nur die Menschen, die materielle Armut erfahren. Elend und Arm sind Menschen, die juristische Armut erfahren, die aus dem Raster fallen, durch das Raster fallen, die Witwen, die Weisen, die Fremden, die denen sich keiner widmet oder die auf sich allein gestellt sind, in Not, ganz schnell in Not geraten. Arm sind aber auch jene, die sozial arm sind, die ausgeschlossen sind. Arm sind vor allem jene, die fern von Gott sind. Kommen wir nun zur zweiten Lesung. Darum wollen auch wir die Wir, eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zu rechten von Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, der solche Anfeindung von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Auch in der Lesung, in der zweiten Lesung geht es um das Leiden, das man in der Sache Gottes erleidet. Die Empfänger des Briefs werden dazu eingeladen, dem Bösen bis aufs Blut Widerstand zu leisten. Sie sollen ganz und gar Zeugen für Jesus Christus sein und alles geben. Zeugnis heißt auf Griechisch Martyria. Sie sollen Märtyrer sein und wenn es darauf ankommt, auch bis aufs Blut Zeugnis für Jesus ablegen. Wir hören am Anfang von den Zeugen, die gleichsam eine Wolke bilden, den Dunst der Herrlichkeit Gottes. Also wir wissen, dass sie um den Thron herum sind, dass sie Gott jetzt schon schauen dürfen. Das ist aber auch eine Wolke, die die Kirche umgibt. Man muss ja sagen, die Märtyrer, sie gehören der triumphierenden Kirche an. Also die Kirche besteht aus mehreren Gruppen, aus mehreren Dimensionen. Nicht nur dieser sichtbare Teil auf Erden hier ist Kirche, sondern auch jene, die es schon geschafft haben, sind Kirche. Und die Märtyrer sind wie gesagt der Teil der sichtbaren Kirche, der Teil der triumphierenden Kirche. Nicht nur die Märtyrer alle, die es schon geschafft haben und im Himmel sind. Aber sie kommen direkt in den Himmel, wenn sie sterben, weil sie den Herrn bis aufs Blut bezeugt haben. Warum Wolke? Die Wolke ist ein Theophaniezeichen Gottes, das wissen wir. Wenn sie also gleichsam eine Wolke bilden, dann ist es die Menge an Zeugen, die Gott im Himmelreich wie eine Wolke umgeben, die seine Herrlichkeit ausmachen. Und auch die Herrlichkeit der Kirche, denn die Kirche ist der Leib Christi. Sie ist als Ganze heilig. Gerade deshalb, weil die Mehrheit der Mitglieder der Kirche die Heiligen sind oder die, die noch unterwegs sind dahin. Die leidende Kirche. Der sichtbare Teil der Kirche ist der geringste Teil. Von daher ist die Kirche als Ganze heilig. Wir müssen ja immer auch schon nicht diesen Ist-Zustand, den jetzigen Zustand der einzelnen Mitglieder hier schauen. Und natürlich gibt es schwarze Schafe und natürlich gibt es Menschen, die eben nicht gut sind. Aber wir sehen immer schon auch das Endergebnis. Wir sehen immer schon das erfüllte Potenzial. Das Ergebnis derer, die jetzt noch unterwegs sind, die geläutert werden. Die aber eines Tages dann als reine Heilige ganz bei Gott sein werden. Von daher ist die Kirche natürlich als Ganze rein und heilig. Und deshalb dieser Dunst der Herrlichkeit Gottes, der auch schon die Kirche umgibt. Die Wolke von Zeugen soll den Empfängern des Hebräerbrichs Ermutigung sein. Sie sollen sie ermutigen und motivieren, das sündhafte Leben ganz abzustreifen und umzukehren. Das ist auch schon bei Jeremia der Fall. Selbst die lästlichen Sünden, selbst die kleineren Dinge können den Menschen leicht umstricken, wie es hier heißt. Kleinigkeiten können irgendwann größere Dinge werden und vor allem die Macht der Gewohnheit sich einstellen und die ist ganz schwer zu brechen. Der Weg mit Christus, sagte ein Freund von mir vor kurzem, der Weg mit Christus gleicht einem Marathon. Es ist kein Sprint, dass man einmal kurz losläuft und dann hat man seine Ruhe. Nein, es ist ein Ausdauerlauf. Und deshalb müssen wir eine gute Kondition haben, eine Ausdauer. Es geht um Beständigkeit, es geht um Treue, um Durchhaltevermögen. Darum jeden Tag mit demselben vollen Einsatz Christus zu bezeugen, ihm nachzufolgen und nicht nachzulassen, bis er wiederkommt. Es ging darum letztes Mal schon, dass man als Christ einen langen Atem braucht, weil die Wiederkunft Christi, ja, wir wissen nicht, wann es soweit ist, aber wir sehen, gerade für die ersten Christen war es eine Erkenntnis, zu sehen, dass er doch noch auf sich warten lässt. Also insgesamt ist das Bildfeld des Sports super passend, weil im Sport immer wieder Körpereinsatz, Disziplin, Kondition erwartet wird. Es geht um Ehrgeiz und man muss immer sein Bestes geben. Es ist noch so, dass die Agone der Antike oft so organisiert waren, dass eigentlich nur der erste Platz einen Preis bekommt. Und deshalb musste man sich ganz doll anstrengen, damit man den ersten Platz gewinnt. Dass man den ersten Platz macht, meine ich. Und deshalb passt es so wunderbar. Es passt sehr gut. Jesus selbst ist diesen Weg gegangen und das ist eigentlich der Kern. Jesus selbst ist diesen Weg gegangen und das ist die größte Motivation, die Ermutigung. Und auch, was Jeremia toppt. Da hat Jeremia diese Zusage, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, um dir zu helfen. Aber hier im neuen Bund ist es noch heftiger, weil Gott selbst Mensch geworden ist, weil er selbst ins Leiden gegangen ist. Er selbst hat gelitten. Er hat das Kreuz auf sich genommen. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, damit wir keine Angst haben müssen vor dem Leiden. Damit das Leiden, damit wir uns konfrontieren lassen mit dem Leiden. Es nicht umgehen, sondern es mutig und tapfer annehmen. Weil wir wissen, der Herr hat selbst das alles schon durchlitten. Und er ist verherrlicht. Jesus Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Heißt es hier auch, er hat das alles auf sich genommen, ist aber auferstanden von den Toten. Er ist verherrlicht. Und das erwartet uns auch. Die Zeugen, die Märtyrer, umgeben Gott bereits wie eine Wolke. Und wir werden dazugehören. Also Schmach, Diskriminierung, Leiden, Verfolgung. Es ist schwer. Ja, es ist sehr schwer und es kostet uns ganz die Kraft. Es kostet uns Tapferkeit. Aber mit Blick auf Christus wird es uns leichter fallen, weil wir wissen, dass es nicht umsonst ist und weil wir wissen, was uns am Ende erwartet. So wie Jesus in Vorfreude sozusagen das erlitten hat, dürfen wir auch in Vorfreude auf das Himmelreich all das durchmachen. Denn Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er ist sogar physisch bei uns anwesend in der Eucharistie. Sakramental kommt er immer und immer wieder. Er kehrt zurück. Die Parousia ist eucharistisch schon vorweggenommen. Er ist ganz bei uns. Er geht sogar in uns ein. Wir dürfen uns seelisch mit ihm vereinigen. Er steht uns bei in aller Not. Kommen wir nun zum Evangelium. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter. Die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Auch im Evangelium geht es ab. Also es ist auch wieder eine sehr drastische Passage. Jesus sagt ganz unverblühend, wie es sein wird. Und was passiert? Er ist gekommen, um Feuer zu bringen, nicht Frieden. Feuer ist natürlich auch ein Bild für den Heiligen Geist, der aufdeckt, wo Uneinigkeit ist. Feuer ist aber auch etwas, Feuer ist etwas, das die ganze Menschheit erwartet. Nur durch Feuer hindurch können wir beim Herrn sein. Warum? Weil er verzehrendes Feuer ist. Seine Liebe ist verzehrendes Feuer. Wenn wir nicht ganz reines Gold sind, also heilig sind, können wir seine Gegenwart nicht aushalten, weil es eben Feuer ist. Verzehrendes Feuer, das alles verbrennt und versenkt, was nicht pures Gold ist. Und das tut weh. Und das ist, was wir überhaupt auch versuchen, bildhaft zu begreifen, wenn wir über das Fegefeuer sprechen. Es ist eine Läuterung durch Feuer hindurch. Die, die schon ganz geläutert sind, zum Beispiel durch ihr eigenes Blut, die Märtyrer, die können diese Herrlichkeit Gottes aushalten. Die sind ganz bei ihm und das tut nicht weh. Und dieses Feuer ist natürlich auch ein Bild für Gericht. Ganz klares Gericht, ganz klare Gerichtsrede. Jesus ist einerseits gekommen, um die Welt zu retten. Das ist er mit dem Ersten kommen und mit dem Zweiten kommen, wird er das Gericht bringen. Und dann wird es vor allem Feuer sein. Aber auch jetzt schon wirft er Feuer auf die Erde. Und wir merken das in unserem eigenen Leben, ganz persönlich in unserer Biografie, dass Gott immer wieder uns Feuer schickt und es tut weh. Aber es ist ein wichtiger Reinigungsprozess, um Geheiligter ihm nachfolgen zu können. Wir sehen hier aber auch, dass Jesus mit Frieden, diesen Frieden meint, der Friede, Freude, Eierkuchen ist. Der vermeintliche Friede. Er ist gekommen, um wahren Frieden zu bringen. Und der benötigt nun mal zunächst einmal die Aufdeckung von Uneinigkeit. Das, was eben erstmal ausgeräumt werden muss. Und warum bringt Jesus Spaltung? Was meint er denn damit? Gemeint ist, wenn Jesus kommt und uns zur Nachfolge ruft, dann ruft er uns in die Entscheidung. Jeder Mensch muss verstehen, dass es keine Grauzone gibt, kein Jein. Es gibt kein Schwammiges dazwischen, ohne dass ich mich irgendwie entscheiden muss. Sondern jeder Mensch wird vor die Entscheidung gestellt. Und gerade Jesus tut das immer wieder mit seiner ganzen Person. Und deshalb kommt Spaltung, weil nicht jeder sich für Jesus entscheiden wird. Und nicht jeder nimmt seine Botschaft an. Wir sehen selber, Jesus verkündet das Reich Gottes und sagt ganz unverblümt, dass die Nachfolge Christi ein Kreuzweg ist. Er sagt, dass das kein Zuckerschlecken ist. Und deshalb werden es nicht viele annehmen. Viele werden diese Botschaft nicht annehmen und ihm nachfolgen, weil es einfach zu anstrengend ist. Es kostet immer wieder Kraft, umzukehren. Und Beziehungen, an einer Beziehung zu arbeiten, kostet ganz, ganz viel Kraft. Das ist harte Arbeit. Aber so ist es bei Jesus. So ist es bei Gott. Viele werden es nicht annehmen. Und wenn das geschieht, dann entsteht Spaltung. Also nicht jene, die sich für Jesus entscheiden und zur Umkehr aufrufen, sind die Spalter. Sondern Spaltung entsteht, wo Menschen sich nicht für Jesus entscheiden. Doch was meint Jesus mit der Taufe, mit der er getauft werden muss? Er ist ja schon getauft durch Johannes. Gemeint ist die Bluttaufe. Die Bluttaufe, die auch die Märtyrer auf sich nehmen. Gemeint ist damit das Sterben für den Glauben. Jesus ist der treue Zeuge, wie es in der Johannes- Offenbarung heißt. Er ist gestorben, also er ist gestorben, weil er abgelehnt wurde. Aber er ist gestorben, um die Menschheit zu erlösen. Die Leute haben ihn aber mundtot gemacht, weil sie diese Botschaft nicht angenommen haben. Das ist ja eigentlich das, was auch geschieht mit den Märtyrern. Sie werden umgebracht für den Glauben, weil es die anderen nicht annehmen wollen. Weil sie vielleicht auch Störfaktoren sind. Man möchte sie mundtot machen, damit man sein Gewissen auch tot machen kann, zum Schweigen bringen kann. Also die Taufe, mit der er getauft werden muss und alle in seiner Nachfolge unter Umständen getauft werden, wenn es soweit kommt, also es kann sein, das ist die Bluttaufe. Und Jesus sagt, dass wer sein irdisches Leben krampfhaft festhält, das ewige Leben verlieren wird. Das sagt er an anderer Stelle, das sagt er jetzt nicht hier, aber immer wieder sagt er das, dass wer an seinem Leben festhält, das ewige Leben dafür verliert. Und umgekehrt, wer sein Leben gering achtet, also das irdische Leben gering achtet, also bereit ist sogar, Blut zu vergießen für die Sache Jesu, der gewinnt dafür das ewige Leben. Wer also auch hier die Uneinigkeit der Familie in Kauf nimmt, und das ist ja auch ein kleines Sterben. Das ist, was wir ein trockenes Martyrium nennen, die Unannehmlichkeiten und die Leiden dieser Welt auf sich zu nehmen, auch wenn man jetzt nicht dafür umgebracht wird. Wer bereit ist, diese Uneinigkeit zu erleiden und trotzdem an Jesus festzuhalten, der wird dafür mit dem ewigen Leben belohnt, mit der Familie Gottes. Gott muss an erster Stelle stehen. Wer nämlich die Eltern und die Kinder über Gott stellt, der vergötzt sie ja. Gott muss ja an erster Stelle stehen, weil was bei uns auf Platz Nummer eins steht, das ist unser Gott. Gemeint ist nicht, dass man die Kinder oder die Eltern nicht richtig lieben soll, sondern es geht um die richtige Priorität. Wenn nämlich Gott an erster Stelle steht, ist er unser Gott. Und es muss uns zuerst um das Reich Gottes gehen, alles andere wird uns dazu gegeben. Aber es geht auch darum, dass wenn Gott an unserer ersten Stelle steht, wir aus dieser Liebe, mit der wir dann beschenkt werden von Gott, dann unseren Nächsten lieben können. Unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner. Denn das ist dann eine Liebe, die über die menschlichen Kapazitäten hinausgeht, weil wir dann lieben mit der Liebe Gottes. Jesus kommt nicht, um Friede, Freude, Eierkuchen zu bringen. Er möchte keine faulen Frieden, bei dem die Uneinigkeit und die Spaltung, die schon längst da ist, einfach unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass er es gekommen, um zu reinigen mit dem Feuer und dann, also deshalb auch das Feuer des Heiligen Geistes, das aufdeckt, wo nämlich die Uneinigkeit noch herrscht, wo etwas ausgeräumt werden muss. Zuerst muss das Gericht kommen, damit das ewige Heil kommen kann. Und dann der wahre Frieden, der Shalom kommen kann, der ewige Shalom im Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes. Also es geht um Entscheidung. Es geht darum, Ja zu sagen zu ihm, auch wenn es uns schwerfällt, auch in dunklen Stunden Ja zu sagen, an ihm festzuhalten. Warum? Warum geht es um die Entscheidung? Weil es um Liebe geht. Bei Gott geht es immer um die Liebe. Und Liebe kann nicht erzwungen werden. Zur Liebe braucht es den freien Willen und das Ja-Wort. Das Ja-Wort, das immer wieder neu gesagt wird. Das ist also das Spezifische an der Verkündigung Jesu, dass er nie schöne Worte macht. Er sagt immer unverblümt, was Sache ist. Aber er sagt auch ganz klar, dass das, was uns dann erwartet, der Lohn, ein unglaublich toller Lohn ist. Das ewige Heil bei Gott. Der Satan geht anders vor. Das, was uns in Aussicht gestellt wird in der Hölle, ist nichts Gutes. Nein, ganz im Gegenteil. Uns erwartet da die ewige Abgeschnittenheit von Gott. Es ist absolut unattraktiv. Deshalb kann er nur eins, er kann nur den Weg dorthin attraktiv gestalten. Er geht also genau umgekehrt vor. Jesus spricht von einem steinigen Weg, von der engen Tür, durch die wir uns hindurch zwängen müssen, mit der ganzen Kraft, oder um es eben mit der Sportmetapher zu sagen, wir sollen uns ganz doll anstrengen, diesen Marathon zu bestehen. Denn am Ende erwartet uns ein ganz toller Preis. Ganz spannend und wir merken im Christentum, in der Nachfolge Christi geht es immer um alles. Es geht um alles oder nichts. Es geht um existenzielle Dinge. Und es ist kein Zuckerschlecken. Es ist wirklich eine Heldentat. Und es kostet uns ganz viel Tapferkeit, diesen Weg zu beschreiten. Aber wir sind nicht allein. Wir haben die Gnade Gottes. Er stattet uns mit allem aus, was wir brauchen. Und wenn wir hinfallen, dann richtet er uns wieder auf. Wir müssen nur lernen, so wie Jeremia, unseren Mund aufzutun und nach ihm zu rufen. Zu schreien. Und nie heiser zu werden. Nie verstummen. Und das ist kein Zeichen von Stolz oder von unmündigem Christentum. Nein, es ist ein Zeichen von Demut und von innerer Stärke. Wenn wir jedes Mal auch wirklich demütig anerkennen, dass wir unsere Grenzen haben und dass wir Gottes Gnade in Anspruch nehmen dürfen. So werden wir auch über uns hinaus wachsen. Und so werden wir am Ende ganz bei Gott sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es. Er zog mich, er zog mich herauf, er zog mich, er zog mich herauf, aus der Gruppe, des Grauen, des Grauen.